Polly und Mono spielen eine Runde Ponomoli. Na toll, Polly muss ins Gefängnis. Um da wieder rauszukommen, darf sie dreimal würfeln und muss dabei mindestens einmal eine 6 würfeln. Wie wahrscheinlich das ist, das können wir ganz geschmeidig ausrechnen, und zwar mit Hilfe eines Baumdiagramms. Kurze Wiederholung. Ein Baumdiagramm ist eine grafische Darstellung, mit der wir uns ein mehrstufiges Zufallsexperiment veranschaulichen können, z.B. den zweifachen Münzwurf. An den Ästen des Baumdiagramms notieren wir die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten. Dabei sollten wir darauf achten, ob es sich um ein Zufallsexperiment mit oder ohne Zurücklegen handelt. Haben wir das Baumdiagramm gezeichnet, können wir die Pfadregel anwenden. Diese besagt, die Wahrscheinlichkeit eines Elementarereignisses, sprich eines Pfades, ist gleich dem Produkt der Wahrscheinlichkeiten des entsprechenden Pfades. In anderen Worten, wir multiplizieren die Wahrscheinlichkeiten entlang eines Pfades, um die Wahrscheinlichkeit dieses Pfades zu berechnen. Außerdem können wir die Wahrscheinlichkeit für Ereignisse berechnen, die mehrere Elementarereignisse zusammenfassen. Dafür benötigen wir die Summenregel. Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses ist gleich der Summe der Wahrscheinlichkeiten aller Pfade, die zu dem entsprechenden Ereignis führen. Wenn wir die Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis berechnen wollen, das mehrere Elementarereignisse umfasst, können wir also die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten addieren. Alles klar, dann können wir uns ja jetzt um Polly im Gefängnis kümmern. Sie darf dreimal würfeln und muss dabei mindestens einmal eine 6 werfen. Wie wahrscheinlich ist das? Gar nicht so einfach zu sagen. Daher sollten wir uns zunächst ein Baumdiagramm zeichnen. Beim Würfelwurf bleiben die Wahrscheinlichkeiten bei jeder Durchführung gleich. Wir betrachten somit den Fall mit Zurücklegen. Allerdings gibt es bereits bei einer Durchführung sechs verschiedene Ausgänge. Ein Baumdiagramm für drei Durchführungen kann daher schnell sehr unübersichtlich werden. Doch wir können uns das Leben einfacher machen. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten? Über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgaben-Chat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen.